Dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Partner, der noch mal finanziell aktiv wird und gesagt hat, okay, alles was über 500 geschaffen, also 500 bis 600 hat er gesagt, gebe ich noch mal einen Euro. Weil im Vorhinein sehr viele sportlich engagierte Menschen mich angesprochen haben und gesagt haben, ah Jan, was ist denn, wenn wir 500 geschafft haben, jetzt sind hier, ich weiß nicht, 50, 60 Leute am Start, das ist ja easy peasy, 10 Runden schaffe ich ja locker. Habe ich nicht gesagt. Also für alle, die jetzt so vorher groß getönt haben und heute richtig sportlich ambitioniert sind, also wir brauchen bei 500 nicht aufhören. Auf die Plätze, fertig, los! So, 500 haben wir lange geschafft. Hervorragend, wir können noch 500 laufen. Großartig. Wenn wir 700 schaffen, gibt es weitere 100 Euro. Also, ich laufe noch mal. Also, Tudel Stiftung 2012, einfach ein geniales Event. Ganz viele Leute von jung bis alt, groß, klein, mit Rollator, mit Fahrrad zu Fuß, schnell, langsam. Alle dabei. Ganz tolle Engagement von Herdnerinnen und Herdner für Konstellation, für unsere Stadt, für die Hermann Schäfer Stiftung, dass wir nicht besser laufen können. 700 haben wir jetzt. 701. 909. Auch im Laden der Hermann Schäfer Stiftung, vielen herzlichen Dank für das Engagement aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Schönes Wochenende noch. Vielen Dank.